Hallo, mein Name ist Tobias Harmes und das ist die zentrale Benutzerverwaltung in 90 Sekunden. Die zentrale Benutzerverwaltung, kurz ZBV, ist seit dem R3 Release 4.5 verfügbar und erlaubt eine zentrale Benutzerpflege in der gesamten SAP-Systemlandschaft. Die ZBV ermöglicht von einem zentralen SAP-System, zum Beispiel die Benutzeranlage, die Vergabe von Berechtigung, Passwortänderung und das Sperren und Entsperren von Benutzern. Die zentrale Benutzerverwaltung wird oft ZBV genannt, im Englischen heißt sie Central User Administration, CUA. Ein zentraler ZBV-Mastermandant steuert und verwaltet via ALE und RFC-Verbindung angeschlossene Mandanten. Die Transaktionen SU01 und SU10, die man aus der Benutzerverwaltung kennt, werden mit Aktivierung der ZBV um entsprechende Funktionen erweitert. Änderungen der Stammdaten werden regelmäßig synchronisiert. Eine lokale Benutzerverwaltung findet normalerweise nicht mehr statt. Die ZBV wurde als technisches Administrationswerkzeug für die Verwaltung einer großen Systemlandschaft erfunden und wird auch dafür heute noch eingesetzt. SAP entwickelt dieses Werkzeug leider nicht mehr weiter. Sie erfreut sich immer noch großer Verbreitung, es fehlen aber essentielle Funktionen wie Antragsworkflows, Self-Services, z.B. für ein Passwort-Reset und Unterstützung von Cloud-Services und Non-Sub-Systemen. SAP empfiehlt SAP Netweaver Identity Management als offiziellen Nachfolger und als zentrales Verwaltungstool. Wenn ihr noch mehr zum Thema zentrale Benutzerverwaltung erfahren wollt, könnt ihr hier unter dem Video mehr Informationen bekommen. Wenn ihr Hilfe oder Unterstützung benötigt bei der Einrichtung oder Verwaltung der zentralen Benutzerverwaltung, könnt ihr euch gerne melden unter rz10.de slash kontakt. Ich würde mich freuen. Macht's gut, bis bald.